Nachdem der Wecker um 3.20 Uhr klingelt hat, sind wir jetzt hier am Bahnhof angekommen und sind jetzt auf dem Weg nach Sydney zum Neujahr feiern. Wir sind jetzt angekommen in Sydney, hier die Harbour Bridge. Und jetzt ist 5 Uhr herrlich. Es ist so, wir haben jetzt fast 2 Uhr erreicht. Wir haben hier einen ganz guten Platz gefunden. So sieht es aus. Dreimal ein bisschen bleiben und schlafen oder spielen, rumlaufen. Er ist gut. Mit 2 Uhr. Genau. Wir sind wie gesagt in der ersten Reihe hinter uns. Es sind genügend Leute und wir werden es jetzt ganz toll genießen. Wir werden alles festhalten und euch dann aufzeigen. Wie gesagt in der ersten Reihe! Ich bin glaube, es ist ziemlich großartig. Ich bin jetzt nach Hause und mir gedacht, es ist das nicht großartig. Es ist gut. 2 1 2 2 2 2 3 4 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018